Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der man auf mich gehört hätte und hätte gehandelt Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt auf mich hört Also müssen besorgte Bürger wie Sie und ich uns Gehör verschaffen Stehen Sie auf, holen Sie sich Ihre Stadt zurück Nur so können wir uns sicher sein, dass es Gerechtigkeit geben wird Und indem Sie mir jeden Tag zuhören Hab ich So, zweite Taube eingesammelt Und haben dann herzlich willkommen zu Spider-Man Servus Was ist da hinten? Oh, eine Ringwinde Ja, das ist Ja, dann machen wir das doch mal Herzlich willkommen, wie gesagt, zurück zu Let's Play Marvel's Spider-Man Die freundliche Spinne Oder freundlichste Spinne, der stoppt Macht sich wieder auf Menschenleben zu retten Diesmal ist ein Bus Gekapert worden von einigen Dämonen Das weiß ich jetzt Ja, das Das machen wir doch glatt So, du auch weg Gekapert worden von einigen Dämonen Gekapert worden von einigen Dämonen Gekapert worden von einigen Dämonen Ja, wir haben im Finanzviertel auch nur noch ein Verbrechen Und dann haben wir das Diesen Bereich hier auch abgearbeitet Abba-China-Town Abba-China-Town Kein Problem Die Spinne Die Spinne der Stadt macht sich wieder auf Hier Ein bisschen für Frieden zu sorgen Ein bisschen Frieden Und so weiter So weiter Gut Und Warum sind sie denn da? Ich musste mich nur gerade ein bisschen orientieren, liebe Leute Ist das hier oben oder hier unten? Ich musste mich nur wissen, was zu tun ist Spiderman Gott sei Dank Dämonen haben Bomben überall im Gebäude gelegt, aber wir kommen nicht ran Zeigen Sie mir den Weg, Officer Ich schaff das Wir haben das Hauptgerät gefunden Deaktiviere es, dann spuckt es einen Schlüssel aus Damit kannst du die Nebengeräte finden und deaktivieren Okay Halten Sie Ihre Männer raus Ich melde mich dann Ich glaube, das verbreche in drei Minuten Nicht nochmal Nicht mit mir Ich suche Aber Ja nicht we Charlenden Nein Geh Ich bin nicht ohne Ad erledigt was ist denn der? da oben besiegt das Bombe das sollte man lassen das sollte man lassen das ist relativ simpel okay das kann man wegtun ich muss gerade mich ein bisschen wie gesagt ich muss sich orientieren hmm also 5 und gleich 3 das weiß ich auch mittlerweile so Vielen Dank. 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 Ich wollte keine Ne-Mission jetzt die ganze Zeit machen. Vorstellstationen entdeckt. Gut gebrochen. Aber hier, da ist wieder ein Action. Hm. Hm. Okay. Was ist das jetzt? Oder ist der? Oder ist der? Da oben ist einer. So. 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 Das Foto von Kamel. Mal sehen, ob ich ihn finde. So. Dann machen wir uns mal da auf. Dann helfen wir mal für alle 2000 Erfahrungspunkte. Dann haben wir mal ein bisschen Nebenquatsch. Digo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Kamel sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollst du? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Sehr schön. Achso, ich wurde entdeckt. Ups, ich darf nicht entdeckt werden. Madame. Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Das ist toll. Ich wurde entdeckt. Ja, und? Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Kamel sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollst du? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus mit den Plänen. Bauen Sie. Hab dich. Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Kamel, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Das ist Taxi-Folgen. Lecko, Mio. Ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Und so einfach bist du vor 20 Meter auf einmal dran, dann fuhr du noch einen Meter zurück. Ich will diese Nebmission machen, Chef. So. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Ich muss ihm folgen. Ach, ich soll sie nicht direkt verfolgen. Ich darf sie nicht direkt verfolgen, oder was? Komm, machen wir heute noch mit. Machen wir heute ein bisschen näher in die Mission hier. Nein, da sieht er mich. Ich muss ihn oberirdisch verfolgen. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Da war das Tor. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Rauf über Falls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Du musst herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Rauf brauchen Sie mindestens einen Fahrer und einen Selfknacker. Ich schaue viele Gangster-Filme. Okay. Das klingt so. Ich lasse Sie wissen, was ich finde. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Kurz. Wer geht zu diesem Bürogebäude? Ich habe die Pläne, Boss. Gut. Der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Raumen soll fahren. Er ist noch ein Kind. Ja, das gibt es meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Selfknacker. Gut, Roman ist bereit. Und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Komm mal raus hier. Du aber auf jeden Fall. Und gehen wir raus. Oh, du. Hey, du hast uns. Hey, du hast uns. So, war es das jetzt in die Bataille? Achso, das verläuft die hier. Spider-Man, Privatdetektiv. 1500 Erfahrungsmunkte, das könnte Level abgeben. Das reicht nicht ganz, schade. Aber wir haben die Aufgabe erledigt. Nur nehmen wir einen kleinen Staufen, wie gesagt. Oh, das haben wir doch. Das habe ich auf die Reihe bekommen. Ich habe einen interessanten Tipp bekommen. Was ist ja der hier los? Und das war es. Die Frage ist, was ist das hier? Dämonenlager. Das ist ein Dämonenlager. Ja, das ist halt also jetzt eine Mission. Das ist nicht meine Hauptmission. MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst daraus finden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Der ist weg. Gehen wir schlafen, Penner. Mein Vaterboe-Mama erledigt immer, der soll mal ein bisschen mithelfen. Zeit für einen Schichtwechsel, hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. So. Noch mehr. Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. So. 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 Ach so, da ist noch einer. Noch mehr. Noch mehr, Dämonen. Schätze, wir können das nicht bei ein paar Fruchttörtchen klären. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Puh, Dimmunlager abgeschlossen. MJ, ruf die Polizei. Der Ort ist gesichert. Super Job. Jede Waffe, die von der Straße weg ist, ist ein Gewinn. Egal. Ich mach ja nicht alles auf Perpett. Ich will nur diese Mission schaffen einfach. Aber das haben wir doch gut auf die Reihe bekommen. Oh, das waren einige Gegner tatsächlich. Und damit müssen wir auch ein Level Up sein. Und damit müssen wir für heute auch durch sein. Ja. Gut, Dimmunlager ist sicher. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Spider-Man. Und ja, vielleicht machen wir dann endlich auch diese Hauptmission, die da so vor sich hin blingt. Bis dann. Ciao.